Okay, ich hab's geschafft, ich hab rausgefunden, was nicht stimmt. Ihr konntet jetzt nicht alles sehen, aber es ist nämlich zuerst so ein Geräusch gekommen, dann hat es sich geöffnet und als es sich geöffnet hat, hab ich schnell draufgeklickt. Ich hab da jetzt seit... Ich dachte zuerst, wir hätten irgendwas kaputt gemacht. Dann hab ich da die ganze Zeit wie wild rumgeklickt, aber... Und dann hat es angefangen zu funktionieren, also... Dem Anschein nach hab ich irgendwas falsch gemacht. Ist aber egal, denn ich glaub, wir sollen da runter. Und das machen wir auch mal, nachdem wir gespeichert haben. Ist immer noch dasselbe Tag, immer noch riesige Aufnahme eigentlich. Und ich falle... In den Ladebildschirm. Hat sich ja echt gelohnt, denn nach Ladebildschirmen speichert er automatisch. Ja, ich glaub, wir werden sterben, wenn wir aus dem Ladebildschirm rauskommen. Denn nur dann wird gespeichert. Okay, Quatsch mit Soße. Wir sind grad in den Abgrund runtergesprungen. Wir... Oh, wir sind was... Wie... Cool... Ist... Das... Denn... Warte, 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 warte. Ich muss raus. Waren wir jetzt grad... Alter... Und die Musik! Ein Unterhör der Chaussee mit Steg und die Musik... Hört ihr die? Gehen wir erstmal rechts lang? Ne, wir gehen links lang. Ach, das mit den Lichterketten ist ja jetzt echt cool. Wir haben ja Untergrund... Ja, und da die Lampe. Im Untergrund hat man ja keinen Lichter und... Ja, IP-Room. Das glaub ich dir. Ach, wie cool. Okay, ziemlich dreckig, aber... Cool, und... Okay... Okay... Ich glaub wir müssen... Hier runter. Genau. Und jetzt müssen wir... Bitte sagt nicht, wir müssen durchs Wasser. Das sieht nämlich gar nicht ganz so gesund aus. Also es sieht aus wie Blut, aber... Ja, wir kriegen Schaden, wenn wir da drinnen reingehen. Wir müssen raus. Ah, das sieht auch... Sieht auch wieder cool aus. Jetzt gehen wir mal hier entlang. Ich finde, der schaut grad... Ich glaub, das ist so ganz spontan meine Lieblingsstelle im Spiel geworden. Äh... Oh, ein Todengopf. Und noch mehr Lichterketten. Schaut hier wirklich schön aus. Ein bisschen eng und ein bisschen unnordlich. Aber... Wir sind unter der Erde. Oh. Oh. Ja, äh... Wir sind unter der Erde. Ne? Eine Tür. Können wir die benutzen? Nein. Okay. Links. Boah, die Tür ist schön. Die können wir nicht benutzen. Und die ist schöne. Können wir benutzen. Und da ist ja nicht jemand drin. Hallo. Ich bin fei genau das Gegenteil von dir. Was sagst du dazu? Ich bin das Gegenteil von dir. Äh, hallo? Äh, hallo, da drüben. Vielleicht sollte ich besser später wiederkommen. Boah, warum hat er sich umgedreht? Hey. Hm. Das wundert dich. Was meinst du damit? Deshalb die ganzen Kameras. Hm. Du bist ja ein lustiger Typ. Ich muss wissen, ob... Ich muss wissen, wo Gary ist. Ich bin nur zum Reden hier. Wo kann ich ihn finden? Okay, ich glaube, die mögen uns nicht. Ich werde ihn suchen gehen. Ich rede nochmal mit denen, wenn wir mit Gary geredet haben. Vielleicht ist der ja auch eine Nebenquest. Ich weiß es nicht. Da gehen wir nicht entlang. Dies können wir nicht öffnen. Können wir die öffnen? Ja. Oh, da ist nichts drin. Obwohl, da liegt was. Ja, eine Blutkonserve. Oh, nee. Jetzt müssen wir da auch noch... Hat das schon echt cool gemacht. Fragt sich nur, wenn dieses rote Wasser... Also das hier da... Schaden macht. Wie kommen dann Dinosaurato da durch? Naja, egal. Okay, wir müssen hier krabbeln. Da liegt eine tote Ratte. Und dann würde ich mal sagen... Speichern. Und Tür auf. Denn ich weiß nicht, ob der Gary uns freundlich gesonnen ist. Oder ob er uns angreift. Deswegen speichern. Und durch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Wenn wir nöchtern sehen. Wo sind sie? Ich muss bloß mit ihnen reden. Wo sind sie? Lassen sie uns von Angesicht zu Angesicht reden. Ist das der Joker oder was ist jetzt los? Was wollen sie? Ich bin wegen des Sarkophags von Ankara hier. Warum haben sie dann danach gefragt? Wer sind sie? Zeigen sie sich! Ach, das ist nicht eine Drama-Queen? Ja, kommen sie schon raus! Der sieht gar nicht mehr aus so wirklich wie Nosserato. Wer sind sie? Der ist der erste Nosferatu, oder? Ähm, wo ist der Sarkophag? Ihr hört vielleicht jetzt im Hintergrund meine Mutter, sie war einkaufen. Hui, das interessiert jetzt jeden. Weil ich ihnen diese Zimiske vom Hals geschaffen habe. Wer ist denn die Kui Jinn? Ach so, dort können wir auch fragen, was ist ein Kui Jinn? Die Kui Jinn sind Vampiren, aber nicht wie Kindred. Sometimes known as the Vampires of the East. Aber sie sind nicht Kui Jinn, Boss. Sie sind nur jemand anderes, der, wenn du nicht aufmerksam bist, kann dir die letzte Tod geben. Äh, also Jinn, Jinn, erzählen sie mehr. Das sieht doch gar nicht so schlimm aus. Ich finde, bis jetzt ist der der hübscheste Nosferatu, dem Sie begegnet sind. Ich verstehe, nur weiter. Chinatown, you're in no danger there. Me. Best you don't mention my name there, Boss. That's the going rate for my info right now. You get our chum back from Chinatown. I'll give you what you need. Na schön, es gehört zur Hauptquest. Abgemacht, sagen sie mir, was ich tun soll. Wir kommen in eine neue Stadt. Goldene Tempel in Chinatown. It's a pisspoor copy of a real place. It looks like it'd be more at home in a theme park. That I saw is where you'll find the leader of the L.A. Kui Jinn. They call her Ming Zhao. Ming Zhao, okay. It sounds dangerous? No, this ain't a suicide mission, Boss. You'll be more of a curiosity than a threat. Talk to Zhao. Ask her where my boy is and get him back. Once he's safe, I'll tell you everything you need to know about the sarcophagus. Moment, ich lese kurz die Antworten. Das klingt gefährlich. Haben sie irgendwas, das mich beschützen könnte? Let's see, what I got. Use your head and your eyes. Chinatown is more liable to off you than ten Hollywoods. But not, if you're smart. Befinden sich die Kainstkinder mit den Kui Jinn nicht im Krieg? Not that I know of. It's like the eye of the hurricane right now. Don't make those winds blow, Boss. Warum? Nee. Warum gehen sie nicht selbst? Forget it, Boss. It's Chinatown. Ach, und dann muss ich da hin? Vielen Dank auch. Na schon, ich gehe. Aber sie halten besser ihren Teil der Abmachung ein. Ist ja seine Hände. Das ist nicht gut. Ja, was du nicht sagst. Mhm. Ich hatte auch noch Folgen ganz zu. Und weg ist er. So gut wie erledigt. Bis dann. Miss me, Boss. Ja, schon. Und jetzt gucken wir uns mal die genauer an. Wie geht's? Da hinten ist eine Türkammer durch. Ja. Da ist die Mozartmusik. Ach, jetzt ist die schöne Musik weg. Okay. Habt ihr das flüstern gehört? Das war ein kleines Mädchen. Naja, egal. Ich glaube, wir kommen jetzt wieder raus oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber die gute Nachricht ist, wir kommen jetzt in die neue und letzte Stadt. Und das ist Chinatown. Dann machen wir dort die Nebenquisten, machen wir weiter die Hauptquests und dann ist das Spiel schon durch. Und ich habe mir vorgenommen, nach Vampire the Muscle Plotlines ein anderes Projekt zu starten. Ich verrate nur nicht welches, aber es wurde sich von jemandem gewünscht und ich habe ihm gesagt, dass ich es mache. Und deswegen, und wenn ich etwas sage, dann halte ich mich auch dran. Ich habe gesagt, ich erfülle ihn den Gefallen. Da gibt es aber noch zwei andere Spiele, die ich unbedingt mal ausprobieren möchte. Und, ach da, guck mal, da ist noch unsere Wandfarbe. Also Bodenfarbe in dem Fall. Ja, die ist noch überall. Ähm, wo war ich jetzt stehen? Ach ja, richtig. Da sind noch diese zwei Spiele, die ich auch noch spielen möchte. Aber zuerst mache ich das, was ich gewünscht wurde. Aber zuerst, aber nach diesem Spiel, nach Vampire the Muscle Plotlines, werde ich das spielen. Ich verspreche es. Ihr habt mein Wort. Und, ja. Ich mache es. Das Spiel ist sowieso nicht mal allzu lang, glaube ich zumindest. Also wir haben den größten Teil durch, wenn wir schon bei der vierten und letzten Stadt sind. Haben wir das größte durch. Und dann mache ich das versprochene Spiel. Und ich verrate wirklich nicht, worum es sich handelt. Ihr seht es. Da ist ein UFO. Ach nee, das ist ein Flugzeug. Entschuldigung. Ihr seht es ja dann eh. Und warum schaut er die Wand an? Hat er was Böses gemacht und muss jetzt zur Strafe in die Ecke? Und, äh. Okay. Okay. Ich glaube, die drehen durch. Also gehen wir mal zum Taxi und wechseln. Gehen in die neue Stadt. Gehen nach Chinatown. Oder heben wir uns das auf für nächste Folge. Ich würde gerne Munition zuerst kaufen. Und dann können wir in Ruhe nach Chinatown. Aber zuerst Munition. Denn die brauchen wir wirklich, wirklich, wirklich dringend. Vor allen Dingen, weil ich jetzt halt auf Nahkampf und Fernkampf gehen möchte. Und, ja. Man kann schlecht was machen, wenn man nicht die benötigten Ressourcen hat. Ich hätte gern das Besondere. Das ist die Colt Anaconda. Wir haben ja so ein bisschen Geld. Apropos, wir können unser Geld wieder abholen gehen. Maximale Munition. Maximale Munition. Kaliber, ist es das? Nein. Remington. Wir haben keine Kaliber, glaube ich. Oder ist es dasselbe? Ach, nee. Das ist das hier. Ja. Hm. Mit der schießen wir nicht so oft als von dem her. Aber da können wir eins kaufen. So. Und jetzt gehen wir doch nochmal kurz nach Downton. Um unsere, ähm. Geld abzuholen. Ich habe gerade das Wort gesucht. Das ist mir nicht eingefallen. Moment. Ich schaue mal kurz an unsere Aufgaben. Gary will, dass sie ein... Meine Freunde, ich kann nicht lesen. Gary will, dass sie seinen Spion Barabbus finden. Der nach Chinatown geschickt wurde und dann verschwand. Er hat ihnen auch geraten, zuerst mit Meng Zhao im Tempel zu sprechen. Alles klar. Oh. Erfahrungspunkte sechs Stück. Jo, über Reden bräuchten wir sechs Stück. Cool. Aber ich mache das nicht. Ich sprache noch ein bisschen. Und, wisst ihr was? Wir haben eh nur noch zwei Minuten. Dann hole ich das Geld, ähm, offscreen ab, oder? Nee. Nee, ich... In der nächsten Folge gehen wir nach Chinatown. Das Geld können wir ein andermal abholen. Deswegen stelle ich mich mal hier hin. Machen. Schöne Kamera. So. Das schaut doch... Nein, das macht die Straße geburt. So, das schaut doch schön aus mit einem Lucky Star. Dingsy. Und dann verabschiede ich mich auch wieder einmal für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid nicht jetzt so ganz verwirrt wie ich. Denn ich bin gerade ziemlich verwirrt. Und, ach, guck mal, Vögel. Noch mehr Vögel. Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt wegen den Gegnern in der letzten Folge. Aber ansonsten läuft alles super. Und ich hoffe, ihr hattet in diesen zwei Folgen genauso viel Spaß wie ich. Ähm, tschüss und bis zum nächsten Mal. Samstag oder Sonntag. Je nachdem, wie ihr das schaut. Bye. Du bist ja immer noch hier. Nein, nein. Tschüss.